Hi Das ist Biederwins Biederwins und Ellie ist in der alten Lobby Also in der Lobby Ellie bauen wir da so nen Kopf ab und schreibt den Namen hin und sagt ich bin der Kopf Au Au Steckt meine Hose in den Socken rein Johnny Five locker bleiben Nimm ein Zug Puff Puff Glitzergrün im Wansch Eric Der läuft gerade auf seinem Weg und dann baut er sich in die Mitte Und da geht gerade die Party auf Also du musst erstmal gucken in welcher Position er gehen muss um in den Block zu sitzen Und er ist untergeschossen von dir Kompetenz kann es sein dass du mal bugt Ja guck mal wer gestorben ist Ja Geht da nicht es kann keiner sterben Ja das ist so ein Problem ich bin tot Hä warum Ah cool Also ich bin auf der Lobby gespawnt Jungs Du bist überlebt Ach du meinst Forge installieren und dann in den Mods Ordner Nebemod reinziehen Ja Hey Kompetenz spring mal runter Ich denke das müsste funktionieren ja Bist du tot Ja wo bist du Ich glaub das geht bei Hotfaison auch Bei dem Verzerrwurmstisch Kannste ja probieren aber ich bei Ah also ich bin woanders Ja warum willst du denn das machen Hä Ach du bist du lebst noch Ne Hä Hä Du hast ja mal angezeigt das du lebst Ja Das ist Ähm Der komische MEG Mod Ich weiß nicht wie ich das sagen soll Ich bin über der Lobby Oh den kenn ich gar nicht Oh und ich kann Leute killen Der Typ ist Solo Hä Musstest du an der Lobby die killst Denn Der Typ hat Ne Kann ich mich in den reingehen Ich bin einfach gespawnt Hä Hä Das stimmt nicht Ich bin gleich Kugel weh Da hacken sie noch Der Bug wünscht sich Warte ich will die Runde noch kurz gewinnen Äh ich würde jetzt rutschreiten Ja die liegt da auch noch Also eigentlich Äh Ellie nein es Burton Bleib da jetzt drin Warte mal ganz kurz Kann mich runter bauen Ellie Ich greif gerade die Lobby Jungs Ellie kennst du noch x Burton und Feuer Äh ja klar kann ich den Ja der hat mich auf die Comments getter Der heißt die mir Hannelsbunny Und der schreibt die ganze Zeit Ich kann nicht mal mit dir spielen Hannelsbunny Hannelsbunny heißt der jetzt Okay Ich hatte gerade irgendwie keine Blocker Oh schreize What the fuck Kompetent spring mal nach Ellie nimm mal an Dann spring ich dir auch nach Ich kann halt nicht mit dem Teleporter zu dir gehen Was steht denn da Wo bin ich in welche Area Bin ich nicht unbekannt Es steht da nicht Ich kann nicht auf den Teleporter klicken Der öffnet sich nicht mal Ellie Ellie Ja ja Warte Warte wo bist du Da bist du Soll ich habe einen davon Dass du ein Glas Warte wo bist du Guck ich kenn euch alle Wann ist Greteks reingejoint Wann ist Greteks in den PS Channel gejoint Ja ich hab's auch nicht gehört Ja ich hab's auch nicht gehört Ich hab's gehört aber ich wusste dass er MTS ist Wegen zwei Magic 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 Das hat man einfach nicht Also Vince ich lebe noch Spring mal runter und komm zu mir Mach mal Spring einfach mal Von Höhe Von irgendeine Höhe runter sodass du steppst Kannst du auch nicht den Kompassiusen? Warum? Nein ich hab gar nicht Weil ich in MLG Ich hab MLG gefällt Und dann bin ich hier reingekommen Ellie ich bin auf den Weg Gewinn schnell die Runde Wir haben Ellie in liegenden Sachen Ne du gewinnst das jetzt nicht Doch ich gewinn das noch Allspieler und Ellie Dann gewinn Ellie auch Wo bist du Vincent? Ich lauf grad runter die Treppe Weißt du wo der letzte Spieler ist? Ah da ist er Ich seh ihn Wo? Ne lass den jetzt mal Ah der baut sich grad Der ist ähm Jungs ich bin grad am craften Du konntest sogar von Bei der Seite dann zu ihm gehen Von der Mitte aus Und zwar du musst Der war zu den Koordinaten Ähm Minus 50 Minus 50 Das ist hinter dem Haus Wo der Hubschrauber ist Da genau Siehst du diesen Weg da links? Ach Das Ne hinter mir Da Kompetenz Hast du Bock auf Skyblock? Äh auf welchem Server? Ach komm mal Ich hab kein Premium Was? Sprung mal zu mir Wir machen das jetzt Es geht nicht Du bist drinnen Ich kann nicht zu dir Ich kann nicht zu dir Habt ihr Bock auf ne Back-Öffelfahren? Nein Ne Ne Habt ihr Bock auf Skyblock? Habt ihr Bock auf Back-Öffelfahren? Ja Habt ihr Bock auf Hurensohn? Ja Mach nicht schlussig Was passiert jetzt eigentlich mit Ellie Wenn du diesen Typ tötest? Alter Junge Alter Wo ist Ellie eigentlich? Ich weiß nicht wo ich bin Junge Ich hab keine Ahnung Hä Moment Hast du gewonnen? Ja Wieso sprichst du runter? Ich hab ein Kill und null Tode Bleib mal hier Du stirbst dann Hä Nein Nicht wieder hochgebackt Warte Wo bist du? Also Ihr habt jetzt gewonnen Ich bin mir nicht sicher wer gewonnen hat Ich bin mir nicht sicher wer gewonnen hat Ja okay Ja die sollen einen Schadensersatz 50 Alle Kids an der Fall Das schon mal echt Schadensersatz Einmal das Premium Wir wollten diese Runde sicher gewinnen Das sagen einfach wir haben darauf gewessert Ich bin wirklich einfach als T5 Doppelpunkt Macht das ihr Nickrechte bekommt Genau so müsst ihr es machen Nein es ist langweilig Wir brauchen noch Premium Hast du gestorben alter Ja wenn du Nickrechte hast Hast du auch Premium Ja aber Nickrechte ist überflüssig Ja und? Obwohl QBW ist eigentlich gar nicht so überflüssig Ja eben Können wir uns gegenseitig schlagen Ellie Wo bist du? Bist du in der Lobby Ich bin in der Lobby wo man rein spawnt Klickst aufm Schild und dann bist du in so ner Lobby ne? Und ich bin in der Lobby Bist du ein Spectator Modus glaube ich Und dann springen wir runter weil ich spawst ja bei ihm Na vielleicht Äh der Kompass geht halt immer noch nicht mal Spring mal 9 nach ok? 9 nach? 9 nach Wie meinst du da ist rein? Nein der geht immer noch nicht Also ich lief und geh nochmal hier runter rein Ich Ja ok Dann bitte herrins Wir könnten noch theoretische Zwang zum Beispiel spielen oder? Oder du kannst doch Wir brauchen jetzt eine riesengroße Wasserrutsche Dann gehen wir vielleicht zu nehmen Ja ok Ich habe einen Goldblock gefunden Kannst du ihn abbauen? Kannst du ihn abbauen? Warte ich probier's Ich muss erstmal eine Spitzer gecraften Ey du kannst alles abbauen in der Lobby in Skybox Mhm Klick uns auf den Schloft Ob sich was ist jetzt falsch gebaut Äh Kann ich nicht mal sterben? Äh Krick uns auf den Schloft Ja Oh Ich bring mir einfach beide mal um und geschaut was dann passiert ich bleibe da jetzt d bei der Verstattung was hast du ja gerade vor eigentlich wollte ich fange es mit einer riesengroße Wasserrutsche an oh nein warte du machst es im Wasserrutsche ohne mich jetzt kann ich da schon was hinter diesen schildern ist alter äh lol äh kennst du den Bug noch nicht ähm den gab es in der 1.9 schon da konnte man zur 20. in der 1.8x1 rein und dann wurden die überschüssigen also die erst als 9. und so reinkamen wurden dann irgendwie lobby teleportiert warum lebt ihr noch ja ich bin ja wo seid ihr ähm bei diesem komischem Weg ich bin komischem ja da habe ich ich habe gerade eingesehen hier hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir zurück 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 weg ja da ist wiederwinds wiederwinds in den alten Lobby ich baue eine riesengroße Wasserrutsche um mit hans und den kugel schütteln das ist spiel kugel 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 das um es ums noch annehmen mag im hohen öffentlich ging gleich die mann so zum ja ja machte die oberfahrt ist der wasserrutsche eu west aller ja ne abbaute um die ganze inselme um die ganze map glaubt er wird ich irgendwann mal sehen er lieb ich glaube der wort sich dazu lobby elli sagt man die koordinaten von der lobby ich hab ich viele blöcke ausgeräumt elli elli ja warte mal wer hat keine fehlschalen bekommen wer hat keine fehlschalen bekommen e warum bekommst du fehlschalen er kommt dann zuerst ein kubi in der zeit zocken wacht mal ein spielgum wir noch meinst du dann spiel nichts digger wir rutschen muss das wasser er habe ich nicht so kein wasser ich habe kein wasser und kein wasser als ob du es kein wasser hättest ich kann wasser und du musst ein wasser rutsch lass mal Pfanzige machen hab ich auch gedacht aber nie Kompetenz will ja Kubi ich hab echt Kubi ich will nicht das jetzt rauskriegt er könnte am Pfanzige machen habe ich noch mit einem zu dritt oder ja ich bin mir halt echt zu dritt die Spassi ach ne, Spider-Man muss ja baden geht gar nicht warte mal kurz Gretichs du kannst ja mal spischen richtig ich wurde gerade zur Seite weggepackt alter ich baum Odin holt jetzt irgendeinen Odin hat kleine Odin ja, und deswegen hat man solche Gedanken ähm, Payne Payne das kommt auf Youtube mach doch mach mal echt, Digga hey, stimmt auch mich nicht hey, nimmst du auf? ich nehm die ganze Zeit auf, Junge wenn du wüsstest, was ich gerade mache hast du Minecraft-PVP? ja das ist aber irgendwie schlecht Jungs, ich glaub Tim NoHex hat den Clan verlassen also Ritter ist es eigentlich weiß es nicht der hat er wer ist das überhaupt? ich hab mich auch gefragt ich glaub ein Tim ohne Hex der Clan schrumpft wir sind nur noch auf einer Seite man muss nicht mehr scrollen endlich Digga Heidi ist noch drin alle wir uns alles gut Heidi ist noch drin wer ist Heidi? keine Ahnung, Heidi 04 Jungs, ich war Hunger Heidi 04, ja, kann ich war Hungerst war Hungerst ey, kann man nicht hier das Wasser rausnehmen aus dem Trichter oder so? nein, geht nicht ich schweißen Bescheid irgendwie mein, äh, meinen Namen dann mach doch du soll ich mich so der Raphael nennen? äh, aber unten drin ist Wasser, ne? unten drin ist Wasserwinds in der Kanalisation Eddie, wie soll ich mich nennen? du darfst meinen Namen sagen mach ich dann, warte muss ich überlegen aber einen coolen Namen nein, ich kenne mich irgendwie so Kopf oder Geschwitze HD ja, genau, nenn ich kenne mich irgendwie so Kopf oder Geschwitze HD ja, genau, nenn ich kenne mich irgendwie so Kopf oder Geschwitze HD ja, genau, nenn ich kenne mich irgendwie so Kopf oder Geschwitze äh, oder ich nenne mich halt, ähm, ähm, ich wäre gern O.G es ist einfach O.G ne, nicht so gibt's eh schon oh das wurde, oder? ja, ich kenne Elysiox FNA ähm, Jungs, ich brauche nicht einen Spieler Endgame Name, schnell der von Kleinbär naja, habe ich schon noch einer Gira O.G Gira O.G ne Habe ich auch schon Nenn ich einfach so nennen? Soll ich mich einfach so nennen? Boxes Nein Boxes, genau Soll ich mich einfach Gera nennen? Nein Wie dann? Nein Gera wird eh nicht so verfügbar sein, holle Promille Nenn ich einfach nein Na stimmt, wegen der Stadt Nenn ich einfach nein Ist Gera ne scheiß Stadt, Digga? Gera ist ne Stadt Ja, aber ohne diese Z wäre es keine Stadt Graz ist ne Stadt, aber sonst Gera ist auch ne Stadt Gera Gera ist auch ne Stadt Gera ist auch ne Stadt Ja, wo denn? Alponschland Jungs, wir sind in den Topf Achso Er hat uns echt ein Schild gemacht Ja Also ich glaube, so schnell holt uns keiner an Außer Kompetenz Es ist möglich Wie viel Wins haben wir? 3 Billiarden oder? Ja Ne Kompetenz, du hast minus 7 Das ist natürlich auch nicht schlecht Ich baue noch einen Spieler Schnell Wins bitte, baue nicht weiter Mach ich ja auch nicht mehr Mach ich ja auch nicht mehr Ähm Was schlafen sie euch den letzten Block setzen? Nenn ich Crafting Lolo Was ist Odin? Crafting Lolo hat einfach so Odin hasch jetzt einen Mach bei Crafting Lolo 88 hin Die sind in diesem Fall da schon 3 in den Hä? What the fuck was ist mit dem Wasser? Nenn ich doch 300 Zähne Hey Jungs, ich baue ihn dann Oh, ich hab Jan vergessen Nee, doch nicht Soll ich mich brauner Teppich nennen? Ja, was ist mit dem Wasser los, Digger? Ey, wo hat der das Wasser gesetzt? Ja, oben Das Wasser geht nicht Er braucht jetzt einen TNT Ding Ja, keine Ahnung Jungs, ich braue nen Namen Schnell Pusseburger Ne, irgendeinen Spielernamen Pusseburger mit 24 Äh, Tsukuni Geil Das, äh Das, äh Das, äh Da kannst du dahin machen Abs Minus 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 Gelb Kap doch mich in Brot weggeschützt ja weil das so ein Ding ist, man wird auch von items weggeschützt, man wird auch von Pelskühlen Eisendruckplatten, alles klar ich glaub es geht gar nicht mit Eisendruckplatten, oder? doch warum soll das nicht fehlen? ja, ich geh, lauf! ja, die zählen, die zählen der Aufstand ist jetzt zu weit du musst jedes einzelne zählen also kann Holz mehr ich springe doch einfach nein noch ein Gold doch Golddruckplatte kann sie machen Stein oder Holz oder Gold oder Eisen dann wird halt dieses Holz doch nicht da machen Hebel wir machen auch Holz nein, da brauchst du musst dich, vielleicht hat er ja Sticks ich bin ja fast unten scheiße, wir haben jetzt den ausgestattet, dass wir zu ihm springen können, das können wir nicht mehr auslachen ich stehe mal kurz wieder mit ja, das kommt doch aus Youtube, das kann ich jetzt nicht rauskarten echt? ja, wir haben jetzt noch mal, dass man den nachschreibt ja, was mach ich denn jetzt, ich komm mir niemand so hoch, weil ich keine Blocke mehr hab über den hat man dann jetzt Tobi was soll man das machen? ey, Leute, mir sind so langweilig da kann man, ich will mal, ich will mal hier, hier, könnte man hier im Boot setzen, sich dann so hoch bangen Lass mal bitte jetzt irgendwas spielen. Ja, Moment. Es macht echt keinen Bock, da die ganze Zeit zuzuschauen. Was heißt zu schauen? Man kann... Weil ich seh' eh nichts. Digga, mein iPhone hat einfach grad Hey Siri aktiviert. Jo, Junge, ich komm jetzt nicht mehr höher, Alter. Ah, mach gar kein Versuch. Schlau, ne? Jungs, mir ist so langweilig. Siri. Wie kannst du sterben? Siri. Ich glaub gleich. Siri, du dumme Nutze! Hey Siri, du dumme Nutze, komm gleich. Ich versteh' nicht, was du gerade gesagt hast. Oder ich habe nicht verstanden. Oh, pick doch Leben, Alter. Doch, Leben. Wollte mich verarschen? Ist du tot? Nee, jetzt geht wieder nicht. Hey, unscheiß, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Spring runter. Da runter. Das ist nicht. Hey, bohrt sich nicht über den Kopfwapps an. Nein, bitch, spring jetzt runter, bitte, Vince. Halt, warte, warte, warte! Er ist safe tot, Ellie. Okay. Es dauert nur, er ist im Kopfwappen. Ich hab noch 26 Stück, ne? Jo, halt dein Maul. Okay, das dauert doch noch eine halbe Stunde. Weiße, ich bin auf, äh, minus, 3000. Nee, ich flieg jetzt nicht hoch. Ich bin tot! Wie? Ihr habt gewonnen? Ich hab zweimal gewonnen. Oh, Vince, ich bin bei dir. Wo ist die Wasserrutsche? Ich bin am nix. Halt ich hier so raus, dass ich hier so... Hä, wo ist er? Er hat bei der ferten Wasserrutsche. Oh, lol. Wo ist denn der Wasserrutsche? Ja, das ist keine Wasserrutsche, das ist so ein Weg, weil die, äh, kein Wasser. Oh, wenn's ich sehlechen. Was ist das zugemacht? Versuchst du dann immer noch das TNT anzuzünden? Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was soll das für eine Wasserrutsche sein? Weißt du was, Vince? Was soll das für eine Wasserrutsche sein? Was soll das für eine Wasserrutsche sein? Früher haben wir mit Bärankeia. Heute Tage fliegen wir von New York nach Bangkok. Okay, es reicht ja. Oh, oh. Hä, lol. Das wusste ich nicht. Nein. Hä, es geht trotzdem weiter. Null verbleibende Spieler, Digga. Ich glaub es läuft. Und wer gewinnt jetzt? Elli, Elli ist ein guter Buggy-Board. Loll. Digga, es ist keiner mehr da und null verbleibende Spieler. Alle sind im Spectator-Mode. Wtf. Geht mal alle raus. What does a fox say? Ding, ding, ding. Da kommt keiner mehr rein. Ne, geht mal echt alle raus. Wie ist denn was passiert? Komm, Elli, es kommt wieder rein. Ich bin raus. Ich bin raus. Warte, ich muss Elli. Ich bin zufrieden, damit ich gewinne. Jungs, es geht echt mal raus. Ja, ich bin raus. Pain. Kompetenz. Kompetenz. Du bist drin. Wahrscheinlich ein Anzeigefehler. Na ja. Der ist ein Bug. Jungs, Otsumaki gegen Akatsuki. Guck mich. Jungs, neuer Mensch.